ja hallo liebe leute ich grüße euch ganz herzlich hier in meinem kanal und es gibt was ganz besonderes denn es gibt etwas das wisst ihr nicht das wissen nur ganz wenige menschen das ist spektakulär und zwar habe ich einen relativ geheimen zusatz zu meinem kanal der also mein kanal beschreibt und das ist ungewohnte blickwinkel das ist ungeheuerlich und da ist mir aufgefallen dass es zeitwert für eine top ten des ungewohnten blickwinkels von all den über 1800 filmen was ist denn da die top ten von sachen die total aus dem rahmen fallen und das soll euch präsentiert werden und es geht gleich los ja ich weiß woher ich stelle nein Acht! Sieben Sechs Fünf Vier Willi Wichtig hatte schon immer ein ganz besonderes Wärmebedürfnis. Drei Hilfe, was soll ich machen? Mein Fernseher brennt, mein Fernseher brennt. Oh, mein Fernseher brennt. Oh, mein Fernseher brennt. Oh, mein Fernseher brennt. Mein Fernseher brennt. Zwei Mensch, geh weg, du schreckliches Tier. Du, ich hab dich nicht gerufen. Aber Mensch, was muss alles sein heute Abend? Jetzt hab ich dich. Was ist das denn? Eis! Ohh, ohhhh. Sito, salamuhane. Alo, quinnumat, salam. Karufale, partie, salama O, yay, yay, yay. Ja, ja, ja.